dieser film ersetzt nicht das persönliche aufklärungsgespräch mit ihrem arzt guten tag es geht um eine häufige verletzung im bereich der schulter das ist die sogenannte verletzung der rotatorenmanschette das haben sie sicher schon mal gehört die rotatorenmanschette ist eine muskelmanschette die aus verschiedenen sehnen besteht und das sind vier große sehnen die im prinzip um den oberarmkopf herum ansetzen und die rotatorenmanschette oder die muskelmanschette hat die funktion den arm zu bewegen und ermöglicht letztlich diese diese große bewegungsfreiheit in der schulter ich habe schon gesagt diese diese sehnenplatte diese muskelmanschette besteht aus vier hauptsehnen die praktisch um den oberarmkopf herum ansetzen das ist ein schulter modell so sieht die schulter aus das ist der bewegungsumfang der schulter und diese sehnen der muskelmanschette kommen praktisch hier am schulterblatt entlang vorbei und ziehen in den oberarmknochen um den gelenkknorpel herum ein eine der häufigsten sehnen die kaputt gehen kann ist die sogenannte supraspinatus sehne das ist eine große sehnenplatte die hier oben im bereich dieser stelle ansetzt und dies ermöglicht den arm praktisch zur seite nach oben raus zu nehmen diese verletzungen sind sehr häufig insbesondere beim älteren menschen können aber auch beim jungen menschen im rahmen von akuten verletzungen entstehen wenn die rotatorenmanschette abreißt führt das in der regel dazu dass die bewegungsfunktion des armes schmerzhaft eingeschränkt ist und dass der arm praktisch nicht mehr in der gewohnten art und weise fein zu bewegen ist wie es vorher der fall war zusätzlich zu den schmerzen besteht hier in der regel handlungsbedarf was machen wir wenn diese rotatorenmanschette reist wir versuchen das wieder zur heilung zu bringen das ist praktisch das ziel unserer therapie wie funktioniert das die rekonstruktion also der wiederaufbau oder die heilung der rotatorenmanschette ist ein minimalinvasiver eingriff das heißt wir gehen mit einer gelenkkamera in das schultergelenk ein stellen uns den abgerissenen bereich der manschette also dieser bewegungssehne da haben eine art raspel die wir mit einbringen können und frischen einmal den knochen hier an dieser seite an im anschluss daran bringen wir resorbierbare anker in die schulter ein mit diesen ankern wird die rotatorenmanschettensehne durchstochen und wir können dann letztlich mit dem fadenmaterial diese rotatorenmanschette wieder da festmachen wo sie hergekommen ist die erfolgsraten sind relativ gut muss man sagen insbesondere beim jungen patienten bei allen schulterchirurgischen eingriffen also bei allen operativen eingriffen an der schulter sagen wir unseren patienten immer sie haben nach sechs monaten ein ergebnis woran liegt das die schulter mag nicht so gerne operiert werden nicht so gern wie andere gelenke es kommt immer zu einer vorübergehenden gelenksteife die sich selber limitiert und dann im verlauf auslöst aber das durchschreiten dieser gelenksteife dieses gelenkreizes nach einer operation dauert an der schulter zwischen vier und sechs monaten und danach stellt sich in der regel ein sehr zufriedenstellendes ergebnis sein